Haben Sie es auch satt, sich kiloweise Gebrauchsanweisungen vorzunehmen und durch Papier zu wühlen in Zeiten des digitalen Einsatzes von Videomöglichkeiten? Wenn es Ihnen auch so geht, dann sind Sie bei uns richtig, denn wir helfen Ihnen, Videos zu machen für Ihre Kunden. Wir zeigen, wie es geht. Wenn Sie ein Produkt haben, das man aufbauen muss zum Beispiel, dann zeigen Sie einfach, wie man das Produkt aufbaut, welchen Schrauben man nimmt, welche Handgriffe wichtig sind und was die essentiellen Dinge Ihres Geräts sind, worauf es ankommt. In einem Video zeigt man das viel anschaulicher als durch Gebrauchsanweisungen. Oder wenn Sie ein Sportgerät haben, die Funktion, die richtigen Übungen, wie nutzt man das Gerät richtig? Das alles zeigt man in einem Video. So ist es doch viel einfacher, dem Kunden klarzumachen, worum es geht. Wir zeigen in den Videos, wie es geht. Wir helfen Ihnen, die richtigen Videos zu machen. Das Wichtigste bei der Montage von den Ketten ist, dass der OS-Ring über das komplette Rad rüber geht und dass die gelbe Kette, die Spannkette, richtig fixiert wird und dass sie fest ist. Google rankt Videos viel besser als früher. Das heißt, Sie haben zusätzlich einen Gewinn. Ihre Videos können Sie im Newsletter versenden. Sie können Ihre Videos auf die Homepage stellen oder dem Kunden auf USB-Stick mitgeben. Dieser Service ist heutzutage wichtig. Denn wer schmökert noch in Gebrauchsanweisungen?